einfach noch dabei. Und jetzt viel Spaß bei der Vorstellung unserer Produkte mit unseren Experten Pia Gerstenmaier und Ralf Langner. Ja, herzlich willkommen. Ich bin die Pia Gerstenmaier und neben mir steht mein lieber Kollege Ralf Langner. Wir haben in den letzten Monaten unser FAB mit der Artikelnummer 321 auf Herz und Nieren überprüft und wirklich reichlich davon getrunken. FAB ist ein Energy Drink, also ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Und erfrischend ist es wirklich. Was mir besonders aufgefallen ist, dass es innerhalb von fünf Minuten fitter und klarer macht als jeder Kaffee oder Espresso. Und dass er nicht nervös oder unruhig macht, sondern im Gegenteil richtig frisch und konzentriert. Und das Beste ist, dass man nicht ein bis zwei Stunden später in so ein Loch fällt und müde und abgeschlagen ist wie bei Kaffee. Jetzt muss ich zugeben, dass ich auch Energy Drinks ganz gut kenne. Und die haben das gleiche Problem. Warum ist unser FAB da so wirklich spürbar anders, Ralf? Wie funktioniert das? Also Pia, das liegt vor allem daran, dass Forever hier nicht an Rohstoffen gespart und nur die besten und teuersten gewählt hat. Erst einmal muss man wissen, dass in allen Energy Drinks Koffein enthalten ist. Auch bei uns rund 70 Milligramm. Aber viel wichtiger ist, ist das Koffein sanft gebunden und wo kommt es her? Hier drin ist das Koffein von rund 1200 Dosen herkömmlicher Energy Drinks. Die tun sich in der Menge da alle nicht viel. Diese Dose kostet bei einem Großhändler im Einkauf etwa einen Euro. Viel Zucker drauf und fertig sind 1200 Dosen Energy Drink. Riesengeschäft. Dieses Koffein fällt übrigens als Abfallprodukt bei der Entkoffeinierung von Kaffee an. Und deshalb ist es so billig. Und so billig fühlt es sich dann auch an. Das flutet buchstäblich in Minuten in den Körper hinein und fällt dann ebenso dramatisch wieder ab. Wie einen Tee, den sie nur 20 Sekunden ziehen lassen. Also schnell hoch und schnell wieder runter. Und wir sacken gleich mit zusammen. Diese Achterbahnfahrt ist richtig anstrengend für den Körper und belastet das Herz-Kreislauf- System. Deshalb trinkt man beim Sport auch keinen doppelten Espresso. Da macht man richtig schlapp, Herzrasen, Schweißausbruch und so weiter. Das gibt keine Energie. Das sind Energieräuber. Weil es besonders gut zum Sport passt, ist Forever Active Boost auch als bisher einziger Energy Drink auf der Kölner Liste zu finden. Das heißt, es ist genau im Labor analysiert worden und als garantiert dopingfrei ausgezeichnet. Das ist besonders für Profisportler sehr wichtig. Bevor wir tiefer in die Kräuter einsteigen, hier aber ein kleiner Einschub. Manche Kunden fragen uns, warum wir diese schlimmen E-Nummern im FAB haben. Auweia! Das ist nun das deutsche Auszeichnungsrecht. Selbst Vitamin C hat in diesem gründlichen Deutschland eine E-Nummer bekommen. Damit sie bei Rückfragen vom Kunden aber bestens ausgerüstet sind, hier die Aufschlüsselung des natürlichen Hintergrunds von unseren E-Nummern. E330, das ist die Zitronensäure. Die kommt auch so in Früchten und Gemüse vor. E331, das Natriumcitrat, ist das Salz, eben dieser Zitronensäure. Und das gleiche gilt für das E332, das Kaliumcitrat. Alle drei sind Säuerungsmittel und geben zusammen diesen fruchtigen Geschmack des FAB, helfen aber auch bei der Stabilität der Inhaltsstoffe. Das E160E, das ist das Beta-Apo-8-Lyzubin. Das ist verwandt mit dem Beta-Carotin. Das kennt man aus Karotten. So kommt es übrigens auch in Obst und Gemüse vor. Das E967, das Xylit oder Xylitol, ist eine ganz natürliche Süße, also natürlicher Zuckerstoff. Gewonnen wird es aus Holz. Das Tolle ist, es ist für Diabetiker geeignet und es greift die Zähne nicht an. Sie merken, Forever hat auch beim Active Boost ganz auf die Kraft der Natur gesetzt, aber davon ist noch wesentlich mehr zu erzählen. So ist im FAB wie in anderen Energydrinks auch die gesunde Aminosäure Taurin. Die stammt übrigens nicht aus Bullenhoden, sondern die wurde da zufällig zum ersten Mal da nachgewiesen. Das Ganze war eine raffinierte Marketingkampagne. Anders als bei uns bekannt, wurde es schon vor der Kampagne alten Menschen in Asien zur Stärkung gegeben. Aber Wellnüßgetränk für alte Menschen? Das klingt halt nicht so cool auf einer Technoparty wie, das kommt aus Bullenhoden. Unser FAB hat kein billiges Hauruck-Koffein, sondern verwendet als alleinige Quelle einen Extrakt aus den Samen der Guaranaliane, die ursprünglich aus dem Amazonasbecken stammt. Da ist auch Koffein drin, aber gebunden an Gärbstoffe. Und die geben das Koffein nur ganz sanft nach und nach frei. Wie bei einem Tee, den man 20 Minuten ziehen lässt. Langanhaltende Energie, aber viel leckere. Das vermeidet den ganzen Stress für den Körper und auch die Energielöcher eine Stunde später bleiben dann aus. Ja Stress, das ist das richtige Stichwort, denn davon haben wir ja alle reichlich. Jeder redet bei Tieren von artgerechter Haltung und das natürlich zu Recht. Aber werden wir Menschen artgerecht gehalten mit manchmal 16 Stundentagen und 60 Stunden Wochen? Vor allem unser Umgang mit diesem nicht artgerechten Stress entscheidet darüber, wie sehr wir dabei abbauen und womöglich schneller altern. Also alt werden wollen wir ja alle, aber wie schnell soll es denn wirklich gehen? Wie wichtig die Anpassung an Stress ist, wissen Menschen seit Urzeiten und haben sich deshalb Pflanzen aus der Natur zunutze gemacht. Seit 2000 Jahren gibt es in Asien schon eine nachgewiesene Verwendung der Beeren der Shisandra-Pflanze. Der Geschmack von Shisandra-Beeren ist eine geschmackliche Achterbahnfahrt für ihre Zunge, denn hintereinander schmecken diese kleinen Beeren süß, sauer, salzig, bitter und dann würzig. Ganz verrückt. Auf Chinesisch heißt Shisandra deshalb Wu Bai Zi. Das bedeutet Frucht aus fünf Geschmäcker. Diese Geschmäcker entsprechen in der Kräuterkunde dort auch den fünf Elementen Feuer, Wasser, Erde, Luft und Metall. Diese Elemente gilt es für die Gesundheit im Gleichgewicht zu halten. Shisandra ist die einzige Pflanze, die allen fünf Elementen entspricht. Seit 2000 Jahren wird Shisandra deshalb als ausgleichendes Tonikum bei Stress verwendet. Im Forever Active Boost ist Shisandra auch für den einzigartigen Geschmack verantwortlich. Eine weitere entscheidende Zutat im Fab ist der sibirische Ginseng. Auch der wird seit langer Zeit in der Kräuterkunde verwendet. In den 60er Jahren zum Beispiel war es der Geheimtipp der russischen Olympiamannschaft, die es im Training und Wettkampf zur Stärkung verwendete. Offensichtlich erfolgreich, denn es wurden seitdem zahlreiche Goldmedaillen damit gewonnen. Und das geht mit dem sibirischen Ginseng ganz dopingfrei. Denn unser Fab steht bisher als einziger Energydrink auf der Kölner Liste. Das ist für jeden Profisportler ganz wichtig zu wissen. Unser Fab wird von diesem unabhängigen Institut dafür jedes Jahr im Labor genau analysiert. Zusammen mit dem sanften Guarana-Koffein und dem Stresspuffer Shisandra ist das energiereiche Fab deshalb optimal für ein hartes Training oder den Wettkampf. Aber bitte Achtung, unbedingt vorher im Training ausprobieren. Am besten auch die Mischung von einer Dose Fab mit einem 3,25 Liter stillen Wasser. Diese Mischung ist übrigens auch für konzentrierte Arbeit im Büro einfach klasse. Langsam über den Vormittag oder Nachmittag verteilt getrunken. Und der absolute Geheimtipp für Sportler geht übrigens so. Eine dreiviertel Stunde vor dem Sport eine Portion Agi und dann nach einer halben Stunde Sport langsam eine Dose unseres koffeinhaltigen Erfrischungsgetränks Forever Active Boost mit Artikelnummer 321. Das jagt dann den aufkommenden inneren Schweinhund direkt wieder aus dem Fitnessstudio heraus. Fassen wir noch einmal die Argumente für den Forever Active Boost zusammen. Fab basiert auf einer Olympia-verdächtigen Kräutermischung aus Shisandra und dem sibirischen Ginseng. Stabilisierter Forever Allure, sanftem Guarana-Koffein statt stressigen Koffeinkick, wichtigen B-Vitaminen und Taurin. Ist optimal bei Kraft- und Ausdauersport oder für konzentrierte geistige Arbeit, ohne Nervosität oder für richtig lange Nächte auf der Tanzfläche. Wohlbekommen! Der Mensch benötigt in seiner Nahrung eine Vielzahl von Nährstoffen, ohne die er nicht lange überleben kann. Dazu zählen natürlich deshalb die sogenannten Vitamine, aber auch einige essentielle Aminosäuren. Aminosäuren sind zum Beispiel wichtig für den Aufbau eines gesunden Immunsystems, aber auch für Muskelzellen und ein straffes Bindegewebe. Manche Aminosäuren kann der Körper aus anderen herstellen und benötigt sie unter normalen Lebensumständen nicht zusätzlich zur Nahrung. Dazu zählt auch die deshalb sogenannte semi-essentielle Aminosäure L-Arginin. Ja, und besonders bei erhöhter Muskelbelastung und auch bei Stress steigt der Bedarf an L-Arginin wirklich sprunghaft an, da der Körper mehr verbraucht und mit der Produktion schlicht und ergreifend nicht mehr nachkommt. Das führt dann vorschnell zur Ermüdung und verlängerten Regenerationsphasen zwischen den Trainings oder auch den Wettkämpfen. Nicht nur Profisportler haben deshalb schon seit längerem nach zusätzlichen natürlichen Quellen für L-Arginin gesucht. Geht man in unseren normalen Lebensmitteln auf die Suche nach Arginin, dann findet man es vor allem in den eiweißreichen Nüssen, aber auch Weizenkeimen oder Meeresfrüchten. Hier sehen wir eine vergleichende Auflistung vom Arginin-Gehalt in Lebensmitteln. Die Angaben entsprechen der Milligrammenmenge Arginin in 100 Gramm des Lebensmittels. Wir sehen hier neben den Nüssen auch einige der begehrtesten Meeresfrüchte. Nicht zuletzt deswegen spricht man Fisch oder besonders Muscheln als hochwertigen Eiweißquellen seit langer Zeit sagenumwobende stärkende Kräfte zu, vor allem bei Männern. Denn Arginin ist durch seine einzigartige Rolle im Stoffwechsel ein echtes Power-Molekül. Es ist die einzige Aminosäure mit vier Stickstoffgruppen und deshalb ganz entscheidend für die wichtige Stickstoffbilanz bei Sportlern in der Aufbauphase. Ja und Stichwort Sportler, ein großes Problem hat der Sportler, der versucht sein Arginin allein durch Lebensmittel aufzunehmen. Denn die enthalten neben dem argininreichen Eiweiß immer auch eine gewaltige Menge an Kalorien. Und davon baut nicht nur der Muskel auf, sondern auch der Bauch und die Hüften. Will der Sportler fünf Gramm, das sind 5000 Milligramm Arginin aufnehmen, dann müsste er eine ganze Tüte Erdnüsse mit über 1000 Kalorien essen. Oder wahlweise ein halbes Kilo Haferflocken. Und das 30 Minuten vor dem Training. Aber ein voller Bauch trainiert nun mal nicht gerne, weil er dann mit der Verdauung vollends ausgelastet ist. Forever Living Products ist seit mehr als 30 Jahren ein internationaler Marktführer für hochwertige Produkte auf der Basis von Naturstoffen. Nach der erfolgreichen Entwicklung von inzwischen 200 Produkten hat der Familienbetrieb sein gesamtes Know-how in Agiplus investiert. Agiplus liefert ihnen ganze 5000 Milligramm Arginin, damit sie vor dem Training ihren gesamten zusätzlichen Bedarf abdecken können. Und das mit nur 40 Kalorien. Das ist sensationell und deshalb hat das dietetische Lebensmittel schon am ersten Tag seiner Einführung den dritten Platz im heiß umkämpften Argininmarkt in Deutschland gewonnen. Und die weiteren Wachstumszahlen sind atemberaubend. Die natürliche Süße im Agi ist übrigens das Xylitol. Es hat als natürlicher Zucker bei voller Süße gerade einmal 40 Kalorien. Aber es greift weder die Zähne an, noch ist es für Diabetiker ein Problem. Genau. Und der Grund dafür ist aber nicht nur die große Menge der freien Aminosäure-Arginin, sondern die ausgeklügelte Mischung aus Mikronährstoffen für die Verwertung der ganzen Kraft des Arginins. Dazu zählen die wichtigen Vitamine C, die B-Vitamine und das Sonnenvitamin D3 für gesunde Knochen. Diese fehlen nämlich in fast allen Arginin-Produkten auf dem Markt. Verkauft sich gut, tut aber nicht gut. Vollkommen vernachlässigt war in der Sportlerernährung auch das wichtige Vitamin K. Das findet man vor allem in grünen Lebensmitteln wie Spinat. Popeye, der Seemann, lässt grüßen. Für diese Vitalstoffmischung kommt jetzt eine gehörige Portion Farbe in ihr Leben. Denn Forever Living Products arbeitet seit langen Jahren als Spezialist an Extrakten aus den farbintensiven sekundären Pflanzenstoffen. Für den Profi- oder Hobbysportler mit erhöhter oxidativer Belastung sind die Antioxidantien immer willkommen. Zum Vitamin C kommen im Argi die gesunden Extrakte aus Granatapfel und verschiedenen Beeren. Dazu zählt der Holunder, Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren, Schwarze Johannisbeeren und Schattenmorellen. Statt des gesunden Glases Rotwein kommen hier Extrakte aus Straubenschalen hinzu. Aber keine Angst, sie können weiterfahren, denn den Alkohol haben wir hier nicht mehr dabei. Trotz des fehlenden Alkohols erinnert das Argi Plus ein wenig an einen Tikia Sunrise. Schauen wir uns einmal an, wie die Zubereitung funktioniert. Wenn Sie die Dose Argi Plus öffnen, wir machen das gleich mal hier, dann steigt Ihnen schon der fruchtige Geruch der Beeren Extrakte in die Nase. Innen finden Sie dann einen Dosierlöffel mit Markierung. Bitte nehmen Sie nur bis zur Markierung gefüllt einen Löffel Pulver heraus. Ein Dosierlöffel reicht dann für einen ganzen Tag und insgesamt reicht eine Dose dann für einen ganzen Monat, also wenn Sie es täglich nutzen wollen. Am besten ist es, eine Portion eine dreiviertel Stunde vor dem Training mit 250 bis 400 Millilitern Wasser zu mischen und am besten Sie trinken es dann auf einen Rutsch. Oder Sie trinken es morgens, auch gerne zusammen mit der Aloe Vera natürlich. Und bitte immer auf nüchternen Magen direkt nach dem Aufstehen. Ihre Speicher sind dann so den ganzen Tag gefüllt. Wenn Sie das Argi mit Wasser mischen, nutzen Sie am besten einen langen Löffel, der bis ganz nach unten in das Glas reicht und rühren Sie lange genug, um alle Fruchtextrakte aufzulösen. Dann sehen Sie den versprochenen Argi Sunrise zum Frühstück. Erst ist die gesamte Flüssigkeit dunkle Grün und wie Sie gerade gesehen haben, wird es dann langsam von unten her rosa, bis die gesamte Flüssigkeit diese Farbe hat. Tipp, machen Sie das mal in Ihrem Fitnessstudio. Da sind Sie ganz schnell von einer ganzen Gruppe von Gästen umringt. Der ein oder andere braucht ein paar Tage, um sich an diese Nährstoffmenge auch im Magen oder Darm anzupassen. Da hilft es schon zum Einstieg, die ersten drei Tage nur eine Drittelportion Argi am Tag zu trinken. Gerne damit Wasser bei Zimmertemperatur. Und eine wirklich gute Kombination zum Argi Plus ist übrigens das Forever Calcium mit Artikelnummer 206. Das Argi dann bitte morgens und das Calcium abends vor dem Einschlafen. Also fassen wir noch einmal die Argumente für den Argi Plus zusammen. Steht auf der Kölner Liste. Garantiert dopingfrei für Profisportler. Ist speziell für Sportler mit erhöhter Muskelbelastung für schnellere Regeneration und gesunden Aufbau. 5000 Milligramm L-Arginin bei nur 40 Kalorien. Mit den Vitaminen C, B6, B12 und Folsäure. Dem Sonnenvitamin D3, der Folsäure Vitamin K2. Das alles ist für eine bessere Verwertung des Arginins. Und dazu kommt dann eine einzigartige Mischung mit Extrakten aus Granatapfel, Holunder, Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren, schwarzen Johannisbeeren und Schattenmorellen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und viel Spaß dabei. Der menschliche Körper besteht zu 15 bis 20 Prozent aus Eiweiß. Neben den Kohlenhydraten und den Fetten ist Eiweiß der wichtigste Nährstoff in unserer Ernährung. Dabei liefert es dem Körper kaum Energie, sondern erfordert im Gegenteil in der Verstoffwechslung noch zusätzliche Energie. Dick wird man also nur von zu viel Fett und Kohlenhydraten. Für den Aufbau eines dicken Rettungsrings ist Eiweiß also ungeeignet. Aber für den Aufbau von gesunden Muskeln ist es dafür umso wichtiger. Es ist also das reinste Muskelfutter. Haben Sie schon einmal von dem berühmten Jojo-Effekt nach Diäten gehört oder ihn gar am eigenen Leib erlebt? Also das geht folgendermaßen. Viele Menschen versuchen abzunehmen und beginnen in guter Absicht eine zeitlich begrenzte, kontrollierte Form des Verhungerns, auch Diät genannt. Der Fehler der meistens früher bekannten Diäten liegt darin, dass der Körper nicht dumm ist und auf die zeitlich begrenzte, verringerte Versorgung mit Nährstoffen mit verringertem Verbrauch reagiert. Wenn Sie Ihren Körper so mit einer herkömmlichen Diät geradezu trainieren, dann ergibt sich nach überstandener Selbstkasteiung folgendes Bild. Durch den verringerten Verbrauch setzt nach der Diät jeder Bissen Nahrung doppelt an. Am liebsten übrigens am Bauch und am Hintern oder an den Hüften. Auweia! Wichtiger also als Diäten, die ihren Energieverbrauch senken, ist eine langfristige Umstellung der Ernährung. Eine Umstellung, die man auch durchhalten kann. Der Jojo-Effekt wird übrigens durch den folgenden Umstand extrem verstärkt. Bekommt der Körper zu wenig Energie aus der Nahrung, dann wendet er sich seinen Reserven zu. Und die liegen leider nicht nur an den Rettungsringen am Bauch und an den Hüften. Da kommt er nämlich am schwersten ran. Gerade wenn die Vitamine und Spurenelemente fehlen, um diese Reserven aufzuknacken. Viel leichter knabbert der Körper dann nämlich am Muskelgewebe. Genau. Muskeln machen übrigens bis zu 50% unseres Körpergewichtes aus. Naja, so viel sind es nur, wenn wir wirklich topfit sind. Mit jedem Jahr unseres Lebens verlieren wir dann rund 1,5 Pfund Muskelmasse. Und genau das passiert noch schneller bei den meisten Diäten. Wir verlieren Muskelmasse, weil der hungrige Körper beginnt an den Muskeln zu knabbern und nicht am Fett. Und jetzt kommt's. Muskeln verbrennen auch Fett und Energie, wenn wir vor dem Fernseher sitzen und nichts tun. Das Fett am Bauch aber, das hängt nur rum. Im wahrsten Sinne. Und auch deshalb entsteht der Jojo-Effekt. Wir hungern und nehmen ab. Nehmen auch an Muskelmasse ab. Und anschließend brauchen wir die Dose mit den Keksen nur anzuschauen. Und schon ist sie, wups, wieder an den Hüften. Und hier wird es auch für den Sportler interessant. Wer seinen Körper erhöhten Muskelbelastungen aussetzt, gerade im Ausdauersport, der verliert Muskelmasse. Das nennt man Katabol. Der sollte seine Eiweißreserven aufhüllen. Bis hin zu einem bis anderthalb Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Einmal am besten sofort nach dem Training. Und zwar innerhalb der ersten 30 Minuten nach dem Training. Dieses Zeitfenster von 30 Minuten garantiert die beste Verwertung auch im Gewichtsmanagement. Tipp! Mehr als 23 Gramm Eiweiß auf einmal kann der Körper überhaupt nicht aufnehmen. Also eine Portion Shake mit Magermilch. Dann braucht ihr anschließend ein paar Stunden Zeit. Viele Ernährungsexperten befürworten, für ein gutes Gewichtsmanagement übrigens eine Mahlzeit am Tag komplett ausfallen zu lassen. Ich fürchte auch noch am besten das Abendessen. Das nennt man dann auch Dinner Cancelling. Und wir empfehlen Ihnen diese Mahlzeit durch den Forever Shake mit der Artikelnummer 19, das ist Vanillegeschmack oder 21 für die Geschmacksrichtung Schokolade zu ersetzen. Generell gibt es die Empfehlung besser morgens Kohlenhydrate und abends mehr Eiweiß zu essen. Der Forever Shake liefert gemischt mit Magermilch nicht nur fast genau die maximal aufnehmbare Menge von 23 Gramm Eiweiß, sondern auch alle lebenswichtigen Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Damit ihr Körper an die Fettreserven an Bauch und Hüfte überhaupt rankommt. Die von Forever entwickelte Mischung ernährt sie also optimal, gleicht Mangelzustände aus und das Beste, unangemessene Hungerattacken bleiben aus. Unangemessen sagen wir deshalb, weil der Shake für jemanden, der zu wenig Gewicht auf die Waage bringt, auch erfolgreich zur Stärkung verwendet werden kann. Ein wichtiger Hinweis. Wir vom Forever Living versprechen Ihnen nicht das Blaue vom Himmel nach dem Motto, nehmen Sie unsere Produkte und alles wird gut, auch wenn Ihre Ernährung katastrophal bleibt. Für Ihre Traumfigur braucht es eine ausgewogene Ernährung, ausgleichende Nahrungsergänzung, aber eben auch Bewegung. Wenn Sie nur zweimal in der Woche eine Stunde Sport betreiben, der Muskeln aufbaut, dann haben Sie das genaue Gegenteil vom Jojo-Effekt. Denn Sie erhöhen den Energieverbrauch Ihres Körpermotors. Sie rüsten auf, quasi vom Mofa-Motor zum 1000 PS Formel 1 Rennwagen. Und wer Sie dann beim Essen beobachtet, der fragt sich dann, wo lässt er das bloß alles? Genau, in den Muskeln. Im Forever Shake verwendet Forever hauptsächlich das im Anti-Aging besonders beliebte, weil cholesterinfreie Soja-Eiweiß. Dazu kommen 6% Molke-Eiweiß, um das ohnehin schon hervorragende Aminosäureprofil des Soja-Eiweißes zu optimieren. Damit wird die biologische Wertigkeit noch einmal verbessert. Für den Bereich Gewichtsmanagement ist die optimale Kombination 10 Minuten vor jeder Mahlzeit Forever Lean mit der Artikelnummer 289. Und dazu kommt dann noch die für Sportler optimale Kombination mit Agi Plus mit der Artikelnummer 320. Die geht so. Eine Dreiviertelstunde vor dem Sport unsere Produkte Agi Plus mit 250 Milliliter Wasser und direkt nach dem Sport, am besten schon an der Bar im Fitnessstudio oder in der Umkleide, unseren Forever Shake. Wie bereite ich mir den Shake zu? Am leckersten ist die Zubereitung von einer Dosierschaufel mit 200 Milliliter Magermilch in einem Shaker wie diesem hier. Und so geht's. Insgesamt 22 Gramm Eiweiß haben Sie dann. Mehr macht keinen Sinn. Super lecker und nur 200 Kalorien. Wer Milch nicht so gerne mag, mischt es sich mit Wasser. Das sind dann nur noch 90 Kalorien. Die verrückteste und schnellste Art geht übrigens so, wie Ralf das immer macht. Direkt mit dem Löffel rein. Sack in den Mund. Achtung, posten Sie dabei nicht aus Versehen das Pulver durch die Nase und trinken Sie anschließend die 200 Milliliter Wasser nach, denn Ihr Körper braucht das für die Verarbeitung des Eiweißes. Das ist ganz, ganz wichtig. Nun fassen wir noch einmal die Vorteile des Forever Shakes mit den Artikelnummer 19 und 21 zusammen. Er liefert hochwertiges Soja und Molke Eiweiß, hat ein optimales Aminosäureprofil, hohe biologische Wertigkeit, er sättigt langanhaltend mit nur 90 Kalorien, wenn er mit Wasser gemischt wird und mit Magermilch sind das dann 200 Kalorien. Er ist der optimale Ersatz einer Mahlzeit. Am besten direkt nach dem Sport und vor dem Sport das Forever Agi Plus. Im Laufe der Jahrhunderte und sogar je nach Kontinent verändert sich das Schönheitsideal der Menschen. In manchen Gegenden gilt Übergewicht bis heute als Ausdruck des Wohlstandes. Die Dünnen sind da krank, sagt man. Was jenseits dieser Ideale unbestritten ist, ist heute aber der Gesundheitsaspekt hinter dem eigenen Körpergewicht. Wenn Ihnen heute jemand erzählt, nehme einfach diese Pibbel und du wirst schlank, dann erzählt er Ihnen Blödsinn. So viel gleich vorab. Was schlank und fit hält, ist immer und zuallererst eine gesunde, das heißt ausgewogene Ernährung und ausreichende Bewegung dazu. Dass es Lebensmittel gibt, die leichter ansetzen als andere, merken wir meist nach der Weihnachtszeit mit reichlich Kuchen und fettigem Fleisch. Zu viel Kohlenhydrat und Fett machen Fett. Klar, dass die Buttercreme-Torte leichter ansetzt als ein mageres Nutensteak, geht einem noch auf. Aber dass es Pflanzen gibt, die eigentlich gar nicht so gerne gegessen werden, wer hat denn davon schon jemals gehört? Viele Pflanzen schützen nämlich ihre mühsam aufgebaute Energie, das heißt die Kalorien, vor den Schädlingen, die sie auffressen wollen. Hätten Sie es gewusst, dass unsere gewöhnliche Gartenbohne sich sofort im Gegessenwerden schützt? Eigentlich ist die Gartenbohne oder auch Kidneybohne genannt, nach dem Soja die eiweißreichste Futterpflanze. Das perfekte Kraftfutter für Schädlinge. Damit die hungrigen Fresser aber nicht zu kräftig werden, verschließt die Bohne den Zugang zu den nötigen Kohlenhydraten, die ja auch in der Bohne sind. Das heißt, der Schädling wird von der Bohne auf eine Trennkost gesetzt. Raffiniert, nicht wahr? Ja, noch raffinierter wird es, wenn Sie ein Konzentrat der weißen Bohne mit den Faserstoffen der in Nordafrika und Mexiko beliebten Kaktusfeige kombinieren. Diese Feige enthält besonders viele Faserstoffe, die besonders gut Fett aufsaugen. Sie ist etwas schwierig zu essen und auch nur bedingt lecker zu nennen, aber das Problem hat Forever in dieser praktischen Kapsel gelöst. Und schon profitieren wir von der kombinierten Kraft beider Pflanzen. Aber nicht nur davon, sondern auch von dem wichtigen Spurenelement Chrom, das in unserem Zuckerhaushalt im Körper eine so wichtige Rolle spielt. Durch die Nahrungsergänzung mit Lean werden so mögliche Mangelzustände ausgeglichen. Chrom findet man nämlich sehr viel in Miesmuscheln, Paranüssen und Austern. Andere Lebensmittel enthalten meist nur ein Zehntel der Chrommenge verglichen mit diesen Spitzenreitern im Chromgehalt. Also einfacher gesagt, wenn Sie nicht jedes Gramm der ausgiebigen Pasta-Mahlzeit anlagern wollen, sollten Sie dazu zwei Paranüsse oder eine kleine Portion weiße Bohnen essen. Wenn Ihnen dazu kein passendes Rezept einfällt, essen Sie einfach eine Kapsel Lean mit der Artikelnummer 289. Am besten übrigens immer 10 bis 15 Minuten vor dem Essen mit ein wenig Wasser zusammenschlucken. Mit dem Forever Lean komponieren sich hervorragend die Forever Shakes mit der Artikelnummer 19 und 21. Das sind jeweils Vanille- und Schokogeschmack. Als grundlegender Tipp gilt übrigens auch heute. Je mehr Muskeln Sie sich durch Sport aneignen, umso leichter verbrennen Sie überschüssige Kalorien darin. Fett hängt nur rum. Muskeln verbrennen auch Fett, wenn Sie auf dem Sofa sitzen und umschalten. Also die Laufschuhe anziehen oder ins Fitnessstudio und los geht's. Mit einer gesunden Ernährung und Forever Lean und Shake kommen Sie in jedem Fall schneller ans Ziel. Fassen wir noch einmal die Inhaltsstoffe des Forever Lean mit der Artikelnummer 289 zusammen. Es enthält einen Extrakt aus der proteinreichen weißen Kidneybohne, der Kaktusfeige in Kombination mit dem wichtigen Spurenelement Chrom. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit und viel Erfolg. Anti-Aging, das ist ja seit Jahren ein echter Modebegriff, der im Marketing vieler Firmen verschlissen wird. Man nennt es in Deutschland auch Altershemmungen. Was ist denn nun Alterung? Naja, wenn wir morgens nach durchgezechter Nacht in den Spiegel schauen, dann bekommen wir eine ungefähre Ahnung davon. Nach dem Motto, ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Die Haut sieht alt, gröber bis zur Furcht aus und hängt je nach Alter auch schlaff herab. Ein Bild des Jammers. Ganz offensichtlich lässt sich dieser Prozess des Alterns also gezielt beschleunigen. Was lässt nun zum Beispiel unsere Haut altern? Das sind vor allem die sogenannten freien Radikale. Diese aggressiven Teilchen entstehen zum Beispiel beim Rauchen, beim zu langen Sonnenbaden, aber auch bei Stress und eben besonders in durchgezechten Nächten. Die freien Radikale oxidieren nun zum Beispiel das Kollagen in unserer Haut und damit wird diese stabilisierende Matrix schlaffer und eine Falte entsteht. Diese Gesamtbelastung durch freie Radikale wird auch als oxidativer Stress bezeichnet. Das gleiche geschieht bisweilen auch mit unseren eigenen Körperfetten. In der Haut zum Beispiel. Schauen Sie bitte einmal alle auf Ihre Handrücken. Je nach Alter entdecken Sie hier kleinere oder größere Flecken. Je länger wir in der sauerstoffgetränkten Atmosphäre unseres Planeten herumwatschen, umso mehr werden es. Das ist Oxidation. Ich könnte auch einfacher sagen, wir verrosten. Genau wie bei unserem Auto. Da es sich aber nicht um Metall, sondern um Körperfett handelt, ist es genauer gesagt ein Ranzigwerden. Überlegen Sie sich jetzt genau wie und ob überhaupt Sie das jemals Ihrer Partnerin erzählen. Du wirst ranzig, Schatz. Autsch! Aber um eins klarzustellen, oxidieren und all das tun wir alle. Die Frage ist nur, wie schnell? Fest steht, dass eine gesunde Ernährung mit viel frischem Gemüse, Obst, Sport und ein guter Umgang mit Stress die Basis sind. In einer gesunden Ernährung finden wir dann die sogenannten Antioxidantien. Und was ist das? Nun, die Antioxidantien wie Vitamine und viele sekundäre Pflanzenstoffe sind unser Schutzschild gegen freie Radikale. Also platt gesagt sind diese Stoffe wie ein natürlicher Rostschutz. Viele gönnen einen Rostschutz ihrem Auto, aber nicht ihrem Körper. Bestimmte Vitamine sind sehr gute Antioxidantien, also Rostschutz. Gerade die fettlöslichen Vitamine halten sich gerne in den fettreichen Schichten der Haut auf. Um die Haut kleiner Kinder gegen die Sonneneinstrahlung zu schützen und ihr eine gesunde Farbe zu geben, haben Mütter schon immer gerne ihren Kindern Karottensaft gegeben. In den Karotten findet man das sogenannte Beta-Carotin. Klingt schon nach Karotten. Das Beta-Carotin ist für die Farbe dieses Gemüses verantwortlich. Da es fettlöslich ist, geht es gerne in die Haut und das hat den Kindern die gesunde Farbe und den Hautschutz gegeben. Forever Living Products macht sich mit dem Produkt Beta-Care mit der Artikelnummer 54 diesen Hautschutz zunutze. Und da die Haarwurzeln in der Haut ihren Ursprung haben, werden auch diese gleich mitgeschützt. Forever Beta-Care ist aber ein Produkt für Erwachsene. Die normalen Karotten füttern sie aber gerne weiterhin an ihr Kind. Das natürliche Beta-Carotin wird hier kombiniert mit dem ebenfalls natürlichen Vitamin E. Wir betonen das natürlich, weil sie in den Supermärkten fast immer das synthetische 3xR-Tocopherol finden. Das lässt sich für einen Bruchteil der Kosten herstellen. Dieses künstliche Vitamin E wird aber nur 1,6 so gut aufgenommen und belegt dann die Speicherplätze. Es ist zwar noch antioxidant, aber in seiner Vitaminfunktion nicht für den Körper zu verwerten. Forever hat hier nicht gespart. Das kostet zwar etwas mehr, aber wir sind uns das wert. Die gleiche Denke und Wertigkeit steht hinter der Verwendung des wichtigen Spurenelementes Selen in Beta-Care. Hier vertraut Forever für die gute Aufnahmefähigkeit auf das gebundene und wesentlich teurere Selen-Methionin als Quelle. Selen benötigt der Körper für die Herstellung der körpereigenen Super-Antioxidants Glutathion. Alle drei zusammen ergeben das antioxidative Kraftpaket Beta-Care mit der Artikelnummer 54. Damit diese fettlöslichen Vitamine möglichst gut aufgenommen werden, sind sie in einer Kapsel mit Sojaöl als Träger gelöst. Sie verbessern die Aufnahme deutlich damit, wenn Sie das Beta-Care mit dem Essen zusammen oder direkt danach schlucken. Eine Kapsel am Tag genügt. Wichtig ist die regelmäßige Verwendung. Aber denken Sie bei Ihrem nächsten Urlaub in der Sonne daran, Ihre Schutzschilde gegen das UV-Licht mit Beta-Care aufzuladen. Und dazu die perfekte Sonnenschutzcreme Forever Sunscreen Spray bitte nicht vergessen. Für eine gesunde Haut und Haare, aber auch für den gesamten Anti-Aging-Bereich, lässt sich das Beta-Care sehr gut mit unserem Arctic Sea, dem Active Age A und dem Garlic Time kombinieren. Also fassen wir noch einmal die Argumente für das Beta-Care mit der Artikelnummer 54 zusammen. Natürliche Antioxidantien, fettlöslich Hautschutz, Vitamin E und A durch Beta-Carotin und wertvollem Selen-Methionin liefern perfekten Anti-Aging-Effekt. Es gibt bei Forever Living ein Produkt, zu dem keine schriftlichen Unterlagen existieren. Nur der Satz, die Aktivkapseln für schöne Haut mit Hyaluronsäure. Und das ganz bewusst, denn es hat vor zwei Jahren bei Distributoren vereinzelt die Tendenz gegeben, hervorragenden Produkten Sagenhaftes anzudichten. Wie unnötig solche nicht zugelassenen Aussagen zu Produkten sind, sehen Sie am allerbesten an unserem Produkt Active Age A mit der Artikelnummer 264. Ja, denn seit Forever keine Aussagen zum Active Age A mehr macht, steigen die Umsätze ununterbrochen weiter an. Denn wenn der Geist von Forever eines ist, dann dieses. Etwas ausprobieren und erleben. Dann mit dieser Erfahrung guten Gewissens allen weiterempfehlen, die man kennt. Genau das raten wir Ihnen auch. Nicht nur für das Produkt Active Age A mit der Artikelnummer 264, sondern für alle Produkte von Forever Living. Viel Freude beim Ausprobieren und empfehlen. Der Mensch hat sich im Laufe der Evolution von dieser gebeugten Körperhaltung des Urmenschen weiterentwickelt zum gerade stehenden Homo sapiens. Nur um dann innerhalb der letzten 20 Jahre mit der Erfindung der Computer wieder zurück in diese Haltung zu gehen. Spaß beiseite. Die Arbeit und Spannung am Schreibtisch machen unserem Körper oft mehr zu schaffen als körperliche Arbeit. Gerade wenn einem der Chef dabei buchstäblich im Nacken sitzt. Wer dieses Gefühl im Nacken und die Anspannung dort kennt, macht jetzt am besten mal dieses kleine Experiment mit. Nehmen Sie jeder in etwa diese Fingerkupengroße Menge Aloe Vera Heat Creme von Forever und tragen diese selbst so im Nacken auf. Je länger Sie jetzt massieren, umso mehr spüren Sie die angenehme Wärme auf der Haut und den darunterliegenden Muskeln. Achtung, das kann bei längerem massieren und bei dünner Haut richtig heiß werden. Aber es fällt auf, dass selbst dann die Haut nicht rot wird, weil wir nicht mit einem hautreizenden Bienengift oder ähnlichem arbeiten. Ganz im Gegenteil. Die Heat ist ein intelligentes Produkt, das sich Ihrem Körper überlässt, sich selbst zu helfen. Bitte vermeiden Sie aber den Kontakt mit den Augen, sonst wird es da auch ziemlich heiß. Wenn Ihre Füße nämlich nach der Arbeit oder dem Sport glühend heiß geworden sind, dann werden diese kühl wie Eiskonfekt. Das ist übrigens auch nach dem Tragen von hohen Schuhen eine absolute Wohltat. Was jetzt so intensiv bei Ihnen zu Hause und hier im Studio riecht, ist die Aloe Heat Lotion mit der Artikelnummer 64. Das, was da so riecht, ist auch das, was an dieser Lotion funktioniert. Menthol, Eukalyptusöl und das sogenannte Wintergrün. Nach dem Wintergrün riecht übrigens jede Umkleide bei den American Football Spielen. Das heißt, besonders da, wo es wild für den Bewegungsapparat zugeht, helfen sich die Spieler anschließend sehr gerne mit der Heat Lotion. Denn für den Bewegungsapparat ist die Heat eigentlich entwickelt worden. Für die Massage nach dem Sport oder einem anstrengenden Tag im Büro. Sie kann aber auch sehr gut zum Aufwärmen vor dem Sport, zum Beispiel an den Waden eingesetzt werden. Die Heat kann gut mit der Aloe Massage Lotion gemischt werden. Dann tut sie auch den Händen und Fingern des gestressten Masseurs etwas Gutes. Wer keinen Masseur zu greifen bekommt, der kann die Heat auch in unserem First Spray auflösen. Bitte anschließend die Flasche kennzeichnen. Bei Erkältungen kann man die Heat auch ganz leicht auf dem Brustkort auftragen oder sogar einen Klecks in das Badewasser geben. Ja, das Wichtigste haben wir vergessen. Die Hauptsutat der Forever Heat Lotion ist das stabilisierte Aloe Vera Gel. Sie pflegt, beruhigt und nährt also die beanspruchte Haut, während die angenehme Wärme die Durchblutung fördert. Sie ist also besonders hautschonend. Das hat auch das unabhängige Institut Dermatest nachgewiesen und der Forever Heat Lotion die Note sehr gut verliehen. Also fassen wir noch einmal zusammen. Die Heat ist die intelligente Massage Lotion und Wohltun für den gesamten Bewegungsapparat. Sie fördert die Entspannung nach Arbeit oder Sport. Hilft beim Aufwärmen vor dem Sport? Pflegt und nährt gleichzeitig die Haut mit der Hauptsutat Aloe Vera. Und bitte nicht in die Augen gelangen lassen. Kommen wir nun zur Aloe Propolis Creme von Forever. Die Aloe Propolis Creme von Forever Living hat die Artikelnummer 51. Sie eignet sich besonders für die gestresste und beanspruchte Haut am ganzen Körper. In diesem einzigartigen Produkt hat Forever die pflegenden Eigenschaften der Aloe Vera mit der schützenden Kraft des Bienen Propolis kombiniert. Also das ganze Know-how der Bienen, um sich und den Nachwuchs mit Propolis zu schützen. Kombiniert mit der einzigartigen Fähigkeit der Aloe Vera Pflanze, Feuchtigkeit zu bewahren und vor Austrocknung zu schützen. Wem das 40 Millionen jährige Know-how der Bienen übrigens nicht genügt, das unabhängige deutsche Institut Dermatest hat die hautschonenden Eigenschaften nachgewiesen und der Forever Propolis Creme uneingeschränkt die Note sehr gut verliehen. Wenn Sie die Propolis jetzt zu Hause ausprobieren, cremen Sie sich am besten die Hände ein. Und beachten Sie dabei auch die Nagelbetten, also da, wo die Haut in den Nagel übergeht. Morgens im Bad leistet die Propolis uns gute Dienste, zum Beispiel nach der Rassur. Um die Haut zu beruhigen, gerade hier am Hals. Vor allem Hände und Füße sind bei der täglichen Arbeit besonderem Stress ausgeliefert. Mit den Händen waschen wir Geschirre, wir putzen, schleppen Kisten und bisweilen sogar unsere Kinder durch die Gegend. Und ohne gesunde Haut an den Füßen geht es nicht weiter im Leben, buchstäblich. Deshalb haben Hände und Füße unseren besonderen Schutz verdient. Aber auch die meistrapazierte Haut am Knie und Ellenbogen freut sich über diese glättende Pflege. Das natürliche Harz des Bienenpropolis hat die schöne Eigenschaft, sogar Hornhaut wieder weich zu pflegen. Ist also super angenehm bei trockenen und spröden Händen. Gerne vor und nach der Arbeit oder dem Sport. Und wenn Sie möchten, dass Ihre Füße nicht aussehen wie Hufe, sondern wie Füße, dann gönnen Sie Ihnen täglich die Propolis-Creme. Ihnen wird auch auffallen, dass selbst nach dem Händewaschen der Schutzfilm aus natürlichem Propolis immer noch vorhanden ist. Stichwort Sport. Da die Creme anders als Produkte anderer Hersteller wasserfrei ist, eignet sie sich besonders für den Wintersport. Da schützt sie das Gesicht und auch alles andere, was aus dem Skianzug so rausguckt. Und sie fördert eben keine Erfrierungen. Für die anderen Sportarten gilt, das natürliche Harz der Bienen gibt nicht nur gepflegte Hände, sondern auch optimale Grifffestigkeit für Sportarten wie Handball, Basketball oder das etwas entspanntere Golf. Wenn Sie selbst Kinder in einem Fußballverein haben, haben Sie auch gemerkt, dass die Füße besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Hier hat sich die Schutzfunktion des Propolis besonders bewährt. Das gilt übrigens auch für alle Barfuß-Sportarten wie Karate und Judo. Da hilft oft schon, vor dem Betreten der Matte Föhrspray aufzusprühen, wenn die Füße mit Propolis vorgepflegt sind. Ja, und wenn Sie im Büro arbeiten, fällt besonders angenehm auf, dass die Propolis keine Fettcreme ist, weil sie nach dem Eingrägen keine Flecken auf dem angefassten Papier hinterlässt. Also Tipp, lassen Sie immer eine Propolis-Creme auf Ihrem Schreibtisch stehen und benutzen Sie diese, wenn Kollegen anwesend sind. Das ist die beste kostenlose Werbung. Und noch ein weiterer Tipp. Nehmen Sie eine halbvolle Aloe-First-Spray-Flasche mit Artikelnummer 40 und drücken Sie eine ganze Tube Propolis-Creme hinein. Einfach wieder zuschrauben, schütteln und Sie erhalten so eine wunderbare Körperlotion. Also fassen wir noch einmal die wichtigsten Argumente der Aloe-Propolis-Creme zusammen. Die Aloe-Propolis-Creme vereint die pflegenden Eigenschaften von Aloe Vera mit dem Schutz des Bienenpropolis. Beste Pflege für beanspruchte Haut an Händen und Füßen. Ideal in Kombination mit dem Aloe-First-Spray als pflegende Körperlotion. Ideal im Wintersport, da wasserfrei. Gepflegte Hände hinterlassen keine Fettflecken auf Papier. Also ideal für das Büro. Schöne Lippen soll man küssen. Na leider neigen Lippen aber gerade dazu, besonders rau, spröde und rissig zu sein. Das liegt daran, dass gerade die Lippenhaut sehr dünn ist und weder Talg noch Schweißdrüsen besitzt. Daher ist eine intensive und tägliche Pflege für schöne Lippen geradezu unerlässlich. Forever hat hier ein Produkt der Spitzenklasse entwickelt. Den beliebten Forever Aloe Lips mit der Artikelnummer 22. Ja, 35% reines Forever Aloe Vera Gel haben wir hier, kombiniert mit Jojobaöl und wertvollem Bienenwachs. Das bietet eine perfekte Kombination aus Feuchtigkeit und Schutz für die empfindliche Lippenpartie. Und dank dem enthaltenen Aloe Vera bietet der Forever Aloe Lips auch gleichzeitig noch einen natürlichen Sonnenschutz. Also besonders, wenn Sie beim Sport im Freien der Sonne, Wind oder Kälte ausgesetzt sind, sollten Sie die Pflege mit dem Forever Lips nicht vergessen. Der Forever Lips ist aber ein wahres Allround-Talent und nicht nur zur Lippenpflege wunderbar geeignet. In dieser kleinen, handlichen Verpackung können Sie ihn überall mit hinnehmen und haben quasi immer eine Miniatur-Aloe dabei. Ob Sie sich einfach mal zum Erfrischen der oft müden Augenpartie hier unter den Augen etwas Lips auftragen oder bei kleineren Hautverletzungen, einem Insektenstich oder allem, was uns so im Alltag und unterwegs passieren kann. Sie haben immer eine kleine Aloe griffbereit. Gerade im Winter ist der Lips Gold wert, denn wenn vom ständigen Naseputzen die Haut unter der Tröte trocken geworden ist, dann trägt man es von unten auf. Und zwar so. Und auch Ihre Nagelhaut können Sie so perfekt pflegen mit dem Forever Lips. Einfach etwas auf das Nagelbett auftragen und einmassieren. Sie sehen schon, viele Vorteile bietet uns der Forever Aloe Lips. Schauen wir sie uns an. Erstens, pflegt rissige und trockene Lippen. Zweitens, klein, handlich und immer mitzuführen. Drittens, enthält einen natürlichen Lichtschutzfaktor. Und viertens, nicht nur zur Lippenpflege geeignet, auch andere Hautstellen profitieren von Forever Aloe Lips. Und fünftens, auch als Visitenkarte zu verwenden. Hm, das heißt, gerne schenke ich den Forever Aloe Lips auch mal persönlich an eine Person weiter, die mir sympathisch ist. Also einfach einen kleinen Namensaufkleber aufkleben und die Vorteile von Forever Aloe Lips dazu nennen. Vergessen Sie bitte nicht, sich die Telefonnummer der Person geben zu lassen, damit Sie nachfragen können und einen weiteren Termin vereinbaren können. Der Forever Aloe Lips ist bei mir zur Pflege wie auch als Hilfe im Geschäftsaufbau. Nicht mehr wegzudenken, testen Sie selbst. Viel Spaß damit. Vielen Dank an Pia.